Seid ihr bereit? Alter, ich hab richtig Bock! Skui! Ja, Brudi, was geht? Wir drehen jetzt das Rad fürs Loadout. Ich brauch keine Waffen, Alter, ich mach ruhig so platt. Immer schön am Anfang große Fresse haben, damit alle eingeschüchtert sind, das ist wichtig. 19 ist dran. Alter, ich snipe euch so weg, ihr Noobs! Ihr Noobs. Da läuft einer. Zwei. Den haben wir. Jetzt müssen wir uns eine gute Position suchen. Noch einer Minus. Das ist am Checkpoint. Alter, ich mach jetzt hier den kompletten... Den kompletten Flank aus der Hölle. Wenn der zum Exit will, muss der erst bei mir vorbei gleich. Da läuft er. Boah, in der Bewegung. Da läuft noch ein Scaf, glaub ich. Wieso schießt der Scaf nicht auf ihn? Wieso schießt er nicht auf den Scaf? Ach, fick dich. Was ist der Scheiße? Was ist der Scheiße? Was ist der Scheiße? Wer schießt da? Was ist der Scheiße? Und wir haben... Ui, Kassims! Kassims! die frage ist jetzt da war noch ein spieler eben da draußen geschossen hat mit also noch zwei spieler scheiße und das nächste loadout an 7 mp18 geil ich auf labs round zero ich wusste es sehe nicht mehr es gäbe neue waffe neue waffe komm her nicht dein ernst das war jetzt ein scave oder was oh no way ich glaube es nicht alter oh komm ist links ist links hat er den hit kassiert ich glaube der arme ist weg ja was für ein fratzengeballer aufpassen oh er hat eine andere waffe vom scave genommen glaube ich oh der gegen das auto geht von hinten kann man nicht gebrauchen nein ich wusste es deshalb bin ich weggegangen ich glaube ich glaube ich habe es nicht mehr die kassiert die kassiert Granate! Was ist hier los? Ich sehe ihn da hinten. Ich habe ihn da hinten. Die nächste Loader-Runde. 13. M700 mit dem Scope. Dann kommen wir zu der Map. Interchange. Ach du Scheisse. Was habe ich denn da für einen Scope draufgeklatscht? Nein! Nein! Fuck, man. So. Oh, jetzt hat er Schuss hinten gehört. Von der Hälfte 100. Ich glaube, die sind alle im Idea. Flado Maschine! Räumt ihr richtig ab mit der Scaf Weapon? Das hört sich nach Killer an. Oh, kommt hinterher gelaufen. Und dann wird er auf den Weg bringen. Ja, schade. Killer. Aber er hat sich das Battle gegönnt. Also ich hätte schwören können, da waren eben noch PMCs am Start. Ja, ich glaube, das ist auch ein PMC. Killer Das ist wohl Killer Let's go, weiter geht's Nice 16 Streets Sauber, als werdet ihr so verhaftet Kommt jemand Sneaky boy Hab ich jetzt gerade ein BTR angeschossen Ich hör irgendwo vor mir was Also Das war's. Leute, scheiße Standbild. Ah, fuck. Ich glaube, ich hab ihm nicht voll in die Fresse geschossen. So. Ich glaube, ich habe... Ich hatte nimmel Function. Ah, der BTR ist aggro auf mich. Ich kann ihn hier nicht großartig weg. Schlafe ich nicht mehr. Fuck, man. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade so unter Adrenalin, dass ich nicht weiß, wo ich langlaufe, man. Ah, es wird nix, es wird nix, es wird nix. Nein. Scheiße. Nee, Slowdown. Eins. Die Eins ist, glaube ich, bitter. Ich weiß gerade nicht, das ist, glaube ich, eine ganz bittere Pille. Oh. Labs. Fuck, Mann. Ich bin gleich so aus dem Leben. Und oben ist noch einer. Oh nein. Meine oberen Extremitäten sind nicht mehr vorhanden. Wir gehen in den letzten Infight. Jeder Treffer bringt uns um. Scheiße. Ich bin gleich. We got a rat here dammit we got a I Mit dem letzten Shot, Alter. Genau deshalb wollte ich die spielen, Alter. Das ist so ein Laser. Ich höre rechts was. Alter! Was ging ab? Die 10. Die VPO. Shoreline. Warte mal, ist das... Ohne Kopfhörer? Ohne Kopfhörer. Ohne... Hey. Ja, du, wenn du meinen Follow nicht haben willst, kein Problem. Du weißt doch gar nicht mehr, wie die Kulisse ist, die richtige Atmosphäre ohne... Oh, Kopfhörer, das ist ein ganz anderes Level. Sag ich dir, wie es ist? Der kann ja nämlich noch einmal Atmosphäre, ne? Gut. Noch einer. Sind zwei. Drecks Korb, Alter. Glaub ich nicht auf mich. Glaub, das ist auf mich. Und... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GG's Alter, das war strong Das war fucking strong Die 11 Es ist die Spielzeugknarre Oh nein Lighthouse Das wird ganz schwierig Das funktioniert nicht Why are you running? Pause Kaktus Ich hab keine Buen mehr gleich Yes Ich hab Glück Das war eine Shitshow Das Ding ist, ich hab zwar eine Schaufel gefunden Das heißt aber nicht, dass jemand anders nicht eine Waffe gefunden hat Wir könnten zur Straße und versuchen Scaps zu töten damit Oh mein Gott Zu weit weg Die müssen näher rankommen Fuck Einer ist gestorben Nein Fuck, der andere war nicht tot Damit will ich euch gar nicht weiter lange auf die Folter spannen Wir haben auf Platz 1 Oh, der war doch schon knapp zum Klob Scream mit 108 Punkten Den Dario mit 102 Punkten Mitchki auf Platz 3 mit 93 Punkten Captain Vlado mit 53 Punkten auf Platz 4 Ganz knapp dahinter Tobi se da hält Tobi se da hält auf Platz 5 mit 52 Punkten Und auch wieder knapp dahinter Ich mit 51 Punkten Jay Zero Hier nochmal aufgeholt Obwohl er später dazugekommen ist Hat sich den 7. Platz noch ergattert mit 22 Punkten War Rabbit Der früher abhauen musste Seine 17 stehen gelassenen Punkte Haben ihn noch auf Platz 8 katapultiert Und Garstiger Hobbit Auf Platz 9 mit 14 Und Domo Mit 10 Ich gratuliere euch vielmals für die Platzierung Ihr habt alle super mitgemacht Total genial Ey, wirklich ultra stark GG an alle Hat richtig hart gebockt So, und damit kommen wir zum Abschluss Von diesem Turnier von den Taco Frost Games Und das war einfach genial Wie gesagt, ihr seid die geilsten Und würde mich natürlich freuen Wenn ihr auch bei normalen Streams Oder einfach so mal vorbeischaut Mit dabei seid Und ich sage, bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao, ciao Ciao, ciao 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 Ciao